Was ich da vermisse im Urlaub? Eigentlich nichts. Das ist doch schön, wenn wir mal vor das. Vielleicht das deutsche Fernsehen. Sky zum Beispiel. Manchmal meinen Garten. Wir kommen jetzt gerade vom Urlaub zurück, aber vermisst habe ich eigentlich gar nichts. Wir hatten alles dabei, das Wetter war super. Wir waren jetzt mit dem Wohnwagen unterwegs und wir waren jetzt zum Schluss froh, dass wir wieder unser eigenes Bett und unsere eigene Toilette hatten. Wie es daheim riecht. Ja, und denkt schon in erster Hinsicht auf jeden Fall das Bett. Ich vermisse gar nichts. Da bin ich unkompliziert. Da muss man sich halt drauf einsteigen, auf das, was man tut. Wir haben meistens Ferienwohnungen und da fehlt immer irgendwas. Ansonsten eigentlich nicht, nee. In den meisten Pensionen gibt es ja meistens kein WLAN. Ich glaube halt eher auch meine Freunde meistens. So 100% der Kaffee in der Früh und mein Blick auf die Begnitz. Weil das ist das Highlight. Das ist genauso schön wie Urlaub. Ja, meine Familie. Ja, mein Vollkornbrot zum Beispiel. Weil ich das selber back. Ja, meine Familie. Ja, mein Vollkornbrot zum Beispiel. Ja, meine Familie. Ja, meine Familie. Ja, meine Familie.